Alle Polizeikräfte, die heute hier sind und alle Mitglieder von Hilfsorganisationen, die uns unterstützen. Und wir wissen, diejenigen, die uns heute hier begleiten, kommen nicht nur aus Hessen, sondern kommen auch aus anderen Bundesländern. Und das zeigt letztendlich auch die Bedeutung dessen, was hier heute passiert. Von daher Ihnen, Euch, ein herzliches Dankeschön, dass Ihr hier seid, dass Ihr uns begleitet in dieser durchaus schwierigen Zeit. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Ich wünsche Euch, ich wünsche Ihnen, dass Ihr gewaltfrei und ohne Einschränkungen diesen Tag hier übersteht. Und ich wünsche auch uns, dass das, was momentan in dieser Stadt abgeht, gewaltfrei abgeht.